Hallo, ich bin Marc vom Blog Bake to the Roots und hier bei Kitchen Stories, um euch zu zeigen, wie man in der Vorweihnachtszeit einen schönen Eggnog machen kann. Leufgürt und hier beiheben Messinen. Die Christen nach Frauen hören. Dielande package ist Ihr Bet Akte Bucher schon auf dem hier bei Hohen Warte hops. Musik 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 Lecker cremig, so wie er sein sollte Wer keinen Alkohol mag, kann den Bourbon weglassen Perfekt für die Vorweihnachtszeit Rezept findet ihr wie immer auf Kitchen Stories oder meinem Blog Happy Cooking